Achte auf die Geräusche, die du machst. Geh in die Hocke und... Ach Gott, das ging viel zu schnell. So schnell kann ich gar nicht betont lesen. Und haben wir auf dem Bitten Bogenschützen gesehen. Oh, können wir jetzt zurück? Nein, natürlich nicht. Schade. So, ab jetzt wird es wieder unbekannt. Alles. Jetzt ist es wieder blind. Oh, ein Bogenschütze! Im Halbschatten der Wälder. Oh, das sieht aber konzentriert aus, der Boy. Okay, wie mache ich das jetzt am besten hier? Okay. So. Wie ein deaktiver Stern, ich muss da hingehen, oder? Oh, das ist noch nicht so. So. Nein, 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 nein. Boah, habt ihr da Dodge gesehen? Hey, lebt doch keiner mehr. Warum nicht diese Sounds? Weil da oben war jetzt nichts weiter versteckt, wa? Bis auf der eine Typ. Boah, ich kann ja auch auf den Stein. Muss er wissen. Okay, machen wir weiter. Oh, shit. Wenn ich den weg mache, sieht der das, obwohl der guckt in die andere Richtung. Oh, der ist ja blind. Problem ist nur, er wird die gleiche... Da steht noch einer. Alter. Also er wird die Leiche sehen, da komme ich jetzt nicht drum herum. Christian, wie soll ich denn da hinkommen? Ich bin der Glocke. 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 Untertitelung. BR 2018 Auf der Seite. Nani! Er ist überhaupt nicht da, wer sieht. Okay, ich schau mal besser, ganz schau so vor, der irgendwelche... Na ja, es ist lang, der mich nicht sieht. Was ist die Puppe, die sie damals hatte? Ja, ich gucke. Ja, ich gucke. Ja, ich gucke. Ja, ich habe genug Zeit verplempert. Mal gucken, was das für die Puppe eine Fähigkeit ist. Wenn das auch eine Fähigkeit ist. Oh, shit. Da ist Ziel. Ich will doch nicht sagen, dass ich da nicht hinkomme, oder? Da ist zu viel Licht. Ich bin so konzentrieren. Ich bin so konzentrieren. Oh Gott. Ich bin so konzentrieren. 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 was hat für eine festung oder so entstehen abmokse sieht der vielleicht ja manchmal sind die auch ziemlich blind oh 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 Das war's für heute. was haben wir hier drin ich muss immer kopieren nebenbei irgendwas da genau wegen sowas versuche ich was gehört was habt ihr jetzt vor so im anderen raum ernsthaft alarm rufen obwohl mich nicht gesehen habt dein freund hat dich verlassen war hier gibt es nichts wertvolles drin wo da kann man auch durchklettern oder durchschleichen ok in dem fall zuerst abmaufen sonst haben wir ein problem ich muss eigentlich nachher flüchten so jetzt gehen wir erstmal hier runter der beobachtet den und 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 wir sind ja gleich da brücke fällt und 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 Da kann ich bestimmt hoch oder auch nicht. Hier ist nichts weiter versteckt. Warum kann ich da nicht hoch? Na gut, ich hoffe einfach, dass es um nichts versteckt ist. Oh, ist schon Ende der Mission. Ah, 5 Stück gab's. Okay, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sind in der nächsten Folge. Tschüssi 3. Ruf Chorus zu sein, wenn du Hilfe brauchst, wer ist das? Oh, wir kriegen vielleicht so einen Schatten, der uns hilft. Das hätte ich mal einen Tipp. Na ja, übrigens, hallo, willkommen in unserem Folge. Let's play Haragami mit euren Hiroki. Oh, Lichtdinger haben wir hier. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Wird mal Zeit, die haben wir alle zu töten, wa? Durch die Käthe, damit sie nicht schreien können. Das ist sehr gut. Fertigkeitspunkte, wo soll ich hier hinmachen? Keine Ahnung, wo ich die irgendwo hinsetze. Das sind mir zu viele auf dem Haufen. Ach, come on. Ein Geräuschsmann war keine gute Idee. Okay- . Wann ist sie, es ist... Das ist... ... Wann? Wann ist sie? Ja, du hast geblasen, ne? Oh, der weiß nicht, wo wir sind. Das erkennt man daran, dass da so drei Leute kommen. Da kommt noch einer. Das ist keine gute Idee, aber der ist eine gute Idee. Nicht! Hier bin ich. Loh, der hat mich geblockt. Dafür hat mir das gemacht. Okay. Okay. Scheiße. Das sind ganz schön viele. Wie soll ich die alle abmurksen? Obwohl. Oh, shit! Die sind ja überall! 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 Ah, das Dach kann ich da nicht. Aber ich glaube, ich habe da hinten auch noch ein paar Leben gelassen. Es lohnt sich ja sowieso nicht, alle abzumucksen nach und nach. Naja, gehen wir einfach mal weiter. Ich finde, ich kann es da entweder alle töten oder gar keinen. Lichtbarriere. Jetzt gerade bin ich im Level, wo ich sage, ist mir egal. Das muss man auch sagen, lassen wir mal noch. Okay, ich nutze das Geräusch. Wie ich die Beine abmucke, so weiß ich schon. Einer muss von oben. Oh, no, sick. Oh, no, sick. Das Zelt tötet mich. Wo ist die Gerätschaft zum Ausmachen? Ach, ich muss oben. Ah, hier. Ja. 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 Das müssen wir holen. Okay. Ja. Ja. Das war's für heute. Eine gute Frage. Jetzt können wir überall rein, wa? Ja. Oh, hat er nicht gesehen? Dein Fehler. Hallo und teleportierst dich nicht. Okay. Ja, ich lockier's. Oh, come on. Woher kommt das gut? Was ist ein Idiot? Nicht gesehen? Oh, das hat er mich gesehen. Das klappt doch die ECO auf den Schatten. Alter, richtig Skyrim-like. Wo ist er hin? Ich bin paranoid. Hier hast du paranoid. Zwei. Geräusch. Ich wusste ihn da ran. Noch nicht. Ey, was du nicht gesehen hast, wundert mich. Komm schon, mach hin. Geht einfach um. Normale. Vergnams indezz. Ich warte nicht. Geht auch. Gut. Jetzt können wir in den Schicks Seen. Ich würde ihn nicht gehört. Nicht v discontin.: Gut. Jetzt geht es Mal. Ich bin so. Ich bin so. Die Schicksal. Okay. Wie kommt es denn hier vernünftig dran vorbei? Na, Anni! Oh, hier hast du ja eine echt gute Aussicht. Oh, hier hast du ja eine gute Aussicht. So, hier haben wir die Lichtbarrieren. Ist ja da hinten auch aus, frage ich mich. Kann man das von hier aus sehen? Ich möchte gerne nur mal gucken, dass da hinten auch... Nee, ist nicht. Das da hinten klappt, ist mir noch gerade ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob ich da zwei sehen. Alter, der... Okay, wenn sie mich erwarten... Keine Chance. Ich werde nur einen Schatten... Oh, die beiden abmurksen, geht klar. Dann machen wir das Ding hier aus. Was haben wir denn auf der Seite? Seine Idiot! Oh, wenn der ist recht langläuft, ist der tot. Natürlich, der, der... Okay, einfach töten, 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 klappt nicht. Okay. Aber auch beim Töten eine Taktik. Wäre auch zu leicht. Bei den beiden geht das ja eigentlich ganz gut. Was habe ich hiermit? Okay, wir müssen sehen, wo wir sind. Hier kommen sie nicht hin, glaube ich. Das ist alles, was sich bewegt. Oh, der ist alleine. Nicht. Aber bei denen kann mir das eigentlich ziemlich egal sein. Hier ist nichts weiter. Die Leiche. Die gehen auch zu zweit. Aber der nicht. Aber der eine dritte rum. Oh, shit. Aber der hat nicht... Goddammit. Sind wir schlecht. So, die beiden mache ich ja echt ohne Probleme. Wo ist irgendwie eine dritte rum? Worst den should ich besser? Ja. was verursacht hat also ich glaube wie das töten an sich darunter klappt nicht so richtig oder es klappt doch richtig da war es ein idiot aber war steine scheint unerreichbar zu sein es 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 sie noch irgendwas sie könnten jetzt nicht versteckt es 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 ich hoffe du guckst jetzt mal kurz nicht es 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 ist es es ich nutze gleich die chance die ist ja Grafikfehler. Die Bogenschütze am... Am Grund. Naja gut, meinetwegen. 10 vergibende Fertigkeitspunkte, ich wusste, was das ist. Pass auf, der muss sich umdringen, der dreht sich hier um, der kommt her, oh Gott. Dann machen wir das so. Weil wir sie sich bei einem Geräuschstreck die Waffe ziehen. Ich habe hier einen Geräuschstreck. Ich habe hier einen Geräuschstreck. Ich habe hier einen Geräuschstreck. Der Geräuschstreck. Haha. Oh, shit, zwei. Blindes Hühnchen. Ja gut, was heißt blind? Ich wartiere mich auch. Perfect Dodge, ich habe da gesehen. Wo ist denn dieses Lichtausmacher-Teil dazu? Wo ist der Lichtschalter hier? Hier drin war kein Lichtschalter, wa? Ne, oh. Achso, da Na gut Wie viele Secret Wege es gibt Wie gesagt, alle töten oder gar keinen töten Aber ich bin der Pfarrer, wo meine Scheiße gerade ist Entdeckt wurden wir ja schon Daher, oh, war nicht richtig Jawohl Ich bin der Pfarrer, ich bin der Pfarrer, ich bin der Pfarrer Wieso kann ich hierher Deswegen Ich bin der Pfarrer, ich bin der Pfarrer, ich bin der Pfarrer War nicht so gut Oh, das war auch nicht so gut Oh, die haben wir noch, das ist gut Ich bin der Pfarrer, 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 ich bin der Pfarrer ganz stark ist einfach hoch wäre vielleicht noch zu einfach okay der boi kommt zurück das cool wir könnten da ich auf dieses ging da gehen na nie hallo Dreht der Boll sich da um? Auch mal? Da kommt er her? Schießt auf den Freund. Okidoki. Ich bin nicht mehr da unten, du Idiot. Was doch bei dem Boll kein Schatten ist. Der sieht mich echt nicht. Oh, was wir hier gefunden haben. Vor allem diese unvergebenen Punkte, wie vergeb' ich die denn? Das ist die Question, die ich gerade habe. Und? Können wir deine Seite aus? der waren visiert ok shit ja wer nämlich so unzerstöre ich das ding mal mal gucken wann diesen idioten auffällt dass ihre verbündeten nach und nach verschwinden du bist auch nicht sicher das wird eh ein 10 hier hier Was ist das? geh nachgucken oh hast du dein luftgebläse geblasen habt ihr gesehen wie er mich gecatcht hat krass er so ist übermütig es sind so viele um rambo einzugehen es Alleine, 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 natürlich nicht. Wär ist lieber hier durchgegangen, viel besser, wusste ja nicht, dass es mehrere Wege gibt. Ja, komm, lauf ein paar Schritte. Alter, wieder mich blockt, was glaubt der, wer da ist? Alter, wiederholt, was glaubt der, wer da ist? Und dann? Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020